Dieser Clip stellt Ihnen die verbesserte Zuordnung von IFC-Materialien bei Archicad 19 vor. Das Paneel Importoptionen des Dialogs IFC-Übersetzer-Einstellung enthält Materialzuordnungsoptionen. Wenn Sie das Kästchen Materialzuordnung benutzen aktivieren, wird die Taste Materialzuordnung aktiviert. Durch Klicken auf diese Taste kommen Sie zum Dialog Materialzuordnung, wo Sie Zuordnungspaare zwischen IFC-Materialien und Archicad-Baustoffen einstellen können. In früheren Versionen mussten Sie zur Erstellung eines neuen Zuordnungspaars die Taste Neu drücken, dann den Namen des IFC-Materials eingeben und den zuzuordnenden Archicad-Baustoff auswählen. Diese Möglichkeit besteht bei Archicad 19 immer noch, aber es gibt auch eine neue Option, bei der Sie die Taste Dazuladen aus IFC klicken, dann in dem aufgerufenen Dialog, den Sie normalerweise importieren würden, eine IFC-Datei auswählen. Archicad lädt alle IFC-Materialien, die in der IFC-Datei vorhanden sind, aber noch nicht auf der Liste stehen und fügt sie der Liste hinzu. Sie brauchen nur die neuen IFC-Materialien auf der Liste zu Archicad-Baustoffen zuzuordnen. Rechts vom Namen jedes IFC-Materials, das noch keinem Archicad-Baustoff zugeordnet ist oder einem solchen Archicad-Baustoff zugeordnet ist, der nicht Bestandteil der aktuellen Projektdatei ist, finden wir ein gelbes Warnzeichensymbol. Im Interesse optimaler Ergebnisse sollten Sie sich vergewissern, dass es im Dialog keine Warnzeichen mehr gibt. Bei der Zuordnung von Archicad-Baustoffen können Sie mehrere IFC-Materialien auswählen und sie in einem Schritt demselben Archicad-Baustoff zuordnen. Wenn Sie diesen Schritt beendet haben, klicken Sie zur Fortsetzung auf die Taste OK, dann auf die Taste Einstellungen sichern und schließen, um die im IFC-Übersetzer vorgenommenen Änderungen zu sichern. Diese Option bietet sich zum Beispiel zu Visualisierungszwecken an, wenn bestimmte Materialien in bestimmte Farben konvertiert werden. Bei diesem Beispiel wurden alle konkreten IFC-Materialien in einen blauen Baustoff konvertiert, alle Stahlmaterialien in orangefarbene und so weiter. Bitte beachten Sie, dass diese Materialzuordnungsliste mittels des individuellen IFC-Übersetzers gesichert wird. Sie können diese Materialzuordnungslisten weder importieren noch exportieren. Stattdessen duplizieren Sie ganz einfach den enthaltenen IFC-Übersetzer und modifizieren dessen Einstellungen. Stattdessen Stattdessen Stattdessen